Der erste Hinweis, den wir suchen, ist im Kaskadenland. Gut, dann nichts wieder hin zum Kaskadenland. Es wird jetzt eine halbe Weltreise, die restlichen 10 Nomen hier zu finden. Weil es sind 10 Hinweiskunstbilder. Ich hoffe, ich habe auch wirklich alle 10 aktiviert. Weil wir müssen ja nicht immer zu künstlichen Weibs drücken. Und zwar basiert dieser Hinweis auf einer Stelle von hier. Da ist er. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit dem nächsten Hinweis. Ciao. 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 Ciao.